Gourmetmax präsentiert die digitale Heißluftfritteuse. Die clevere Kombination aus Fritteuse, Ofen und Drehgrill. Zu viel Fett ist ungesund und schadet ihrer Familie. Kein Platz mehr in den Schränken? Zu viele Geräte? Diese 1800 Watt starke Küchensensation ersetzt bis zu 9 Geräte. Gleichzeitig benötigt die digitale Heißluftfritteuse deutlich weniger Fett und gar zu schonender und gesünder. Frittieren Sie knusprige Pommes. Grillen Sie Hähnchen wie der Profi. Oder überraschen Sie Ihre Familie mit einem leckeren Gyros-Gericht wie vom Griechen. Mit diesem Alleskönner gelingen Ihnen leckere Spieße, saftig gebratenes Fleisch und viele andere Köstlichkeiten in kürzester Zeit. Nutzen Sie dieses sensationelle Multigerät zum Backen, Auftauen, Gratinieren, Erhitzen und Warmhalten. Ja, selbst zum Dörren von Obst, Gemüse und Fleisch. Die digitale Heißluftfritteuse verfügt über 8 digitale Programme für die optimale Zubereitung und kommt mit umfangreichen Zubehör daher. Neben einem Drehkorb für Pommes, Spießen für Schaschlik und mehreren Gargittern. Natürlich mit einem Drehspieß für einen 360-Grad-Gareffekt. Dank Touchscreen und Timer-Funktion setzt Sie auch in Sachen Bedienkomfort neue Maßstäbe. Garen Sie Ihre Lieblingsspeisen mit dieser cleveren Kombination aus. Ofen, Fritteuse und Drehgrill. Und das mit deutlich weniger Energie und Fett als herkömmliche Geräte. Die digitale Heißluftfritteuse von Gourmet Max. Das 9 in 1 Multi Küchentalent. Jetzt hier erhältlich.